Die Mutter hat keine Religion, aber nicht. Allah, Akbar, sagte der Mann beim Gebet. Die Mutter beim Tod ihrer schwerkranken Jungen, schließlich auch der Terrorist, der Unschuldigen ihr Leben nahm. Was unterscheidet diese drei Personen voneinander? Die ersten zwei wählen den schwierigen Weg. Die dritte Person den einfachen Weg. Die Gesellschaft nimmt dich nicht an. Komm zu uns, dann kannst du über Leben und Tod entscheiden. Du bist gut, die anderen sind schlecht. So in etwa werden junge Leute in den IS gelockt, die in den Ghettos der Großstädte leben und dementsprechend unter sehr schlechten sozialen Umständen aufwachsen. Allah, Akbar, bedeutet übersetzt, nicht Allah ist groß, sondern Allah ist größer als alles andere. Diese zwei Wörter führen zu großen Missverständnissen des Islams in der restlichen Welt. Er ist für normalerweise ein Gebäserruf und sollte den Menschen in Notsituationen vorbehalten sein. Doch genau das wird von den Islamisten so missbraucht, Denn sie sehen sich nicht als Angreifer, sondern Verteidiger ihrer Überzeugungen gegen die westliche Lebensweise. Der IS möchte den Kabat zerstören, einer der wichtigsten Heiligtümer des Islams. Nicht ohne Grund wird der IS von keinem muslimischen Gelehrten auf dieser Welt anerkannt. Was sie mit den Anschlägen erreichen wollen? Sie wissen, dass sie Europa militarisch nicht zerstören können. Deswegen greifen sie unsere Werte und Freiheit an. Ohne diese Freiheit könnte ich nicht auf dieser Bühne stehen und sprechen. Und auf diese Freiheit bin ich stolz. Sie haben ein Problem damit, dass wir in Freiheit und Demokratie leben, wo mehrere Religionen und Kulturen friedlich miteinander leben können. Denn das widerspricht ihrer Überzeugung, dass die Welt schwarz-weiß ist und die Muslime nur auf einer Seite stehen, nämlich auf ihrer. Ob ich mich von mir jetzt distanziere? Ich bin aus Radscht, da sind ungefähr 1000 Kilometer. Reicht das? Soll ich mich von jedem Anschlag einzeln distanzieren? Oder geht das auch im Paket? Also wenn jetzt irgendwelche Fanatiker meinen Glauben falsch verstehen, soll ich mich distanzieren? Hat sich denn irgendein Katholik von Breivik distanziert, der in Norwegen einen Massaker mit 77 Opfern anrichtete? Oder von den Fundamentalisten in den USA, die in den letzten Jahren vier Abtreibungsärzte ermordet haben? Und Conny? Wer kennt eigentlich noch Conny? Joseph Conny aus Uganda, der seit 2006 mit seinen Banden durch Uganda zieht, Kinder entführt, Frauen vergewaltigt und schon tausende Menschen mit seiner Machete abgeschlachtet hat. Hä, und was hat das jetzt mit dem Christentum zu tun? Conny möchte einen Gottesstaat errichten, auf Grundlage der 10 Gebote. Bloß, weil ein paar Fanatiker das Christentum falsch verstehen, müssen sich Christen doch nicht distanzieren. Das haben wir schon mal gehört, oder? Es ist absurd. Weil einzelne Verbrechen begehen, werden ganze Gruppen in Generalverdacht gestellt. Das muss endlich aufhören, denn Leute, auch unter den Muslimen, ist die Angst sehr groß. Sie sind Täter, aber auch mögliche Opfer. Bitte, in so einer Zeit ist es wichtig, alles zu hinterfragen, was ihr liest, seht oder hört. Seid klug und unterscheidet zwischen Muslim und Terrorist, denn das will der es finden. Seid wachsam, denn Terrorismus kennt keine Religion, Farbe oder Nationalität. Unsere Zukunft wird nicht beeinflusst von irgendwelchen Anschlägen, sondern von unseren Antworten auf genau diese Ereignisse. Wenn mich persönlich irgendwer fragt, ob ich als Muslim gegen den IS bin, antworte ich nicht, ich bin Muslim, aber gegen den IS. Nein, ich antworte, ich bin Muslim und genau deswegen gegen den IS. Applaus 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 Vielen Dank.